Ja, hallo Chemnitz! Sehr geehrte Herzmuskelentzündungsverweigerer! Glückwunsch erstmal an uns alle! Nicht nur zu der schönen großen Versammlung heute und zu dem beeindruckenden Zug, den wir hier gerade durch die Stadt gebildet haben, nein, wir Impf-Zweifler, Gegner, Verweigerer, wir sind nicht mehr das Allerschlimmste und der finsterste Abschaum, den man sich vorstellen kann, nein, wir wurden überholt. Das Schlimmste ist neuerdings Russe. Und ich teile eure Reaktion völlig und es ist widerwärtig, mit angucken zu müssen, wie solche gleichen geistigen Gartenzwerge, die so mit einer wollüstigen Freude unvermummte, ungesunde aus ihren Läden geschmissen haben, wie genau diese gleichen Typen jetzt nicht davor zurückschrecken, russischen Kindern das Mitmachen im Sportverein zu verbieten. Man muss ganz gewiss kein Freund der aktuellen russischen Politik sein, um so ein Verhalten einfach nur schäbig und schlimm zu finden. Der Münchner OB war sich nicht zu schade, selbst zwei russische Künstler aus seiner Oper zu entfernen, Leute von Weltruhm, weil die sich nicht laut genug distanziert haben. Also, wo kommen wir denn dahin? Die haben nicht mal diese ganze Sache, diesen Krieg befürwortet. Sie haben sich nicht nur deutlich genug distanziert. Das reicht heute schon, um seine Arbeit zu verlieren. Muss man sich mal vorstellen, wo wir wieder gelandet sind. Ich habe früher immer nicht verstanden, warum die Geschwister Scholl zum Beispiel, na klar, dass die gegen die Regierung, dass die die Verbrechen auch damals schon gesehen haben, das ist ja klar, aber warum die auch so eigentlich gegen ihre normalen Landsleute polemisiert haben, jetzt verstehe ich es. Da waren wahrscheinlich genau solche Tiefflieger unterwegs, wie dieser Münchner OB und andere. Aber es gibt noch eine schlimmere Sache. Man muss gar nicht Russe sein, um jetzt zur neuen quasi Anti-Elite zu gehören, die wir vorher quasi alle alleine gewesen sind. Es reicht schon, man ist Putin-Versteher. Also die Wortwahl sollte einem doch zu denken geben. Also bloß weil man versucht, die andere Seite zu verstehen, ist man schon Feind. Das ist wie in den 30er Jahren in der Sowjetunion, da war eine der ganz schlimmen verfolgten Gruppen, das waren die sogenannten Versöhnler. Also wer sich dafür einsetzte, dass man das vielleicht alles wieder ein bisschen zusammenführt, der war unter Stalin in Russland der größte Feind und kam in Lager, also Versöhnler. Und heute ist einer, der einen anderen versucht zu verstehen, ein Feind. Das sagt alles über den Zustand unserer Politik, unserer Medien, unserer Gesellschaft aus. Und weil ich mich ja traditionell gern in irgendwelche verfolgten Gruppen einreihe, habe ich auch mal versucht, den Putin zu verstehen. Ich verprobiere es schon lange, ich interessiere mich für Osteuropa. Ich lese viele russische Kanäle, oppositionelle, auch regierungsnahe, muss man beide Seiten sehen, um zu verstehen. Und dann stellt der Putin ja im Wesentlichen fünf Forderungen auf. Ich meine, da ist kein Engel, ist auch leider nicht das, was viele in ihm so erhoffen, dass er die Pandemie beendet wird. Und das ist Quatsch. Leider in Russland fährt man ungeimpft noch viel schlechter als hier. Das muss man leider dazu sagen. Also er ist auch nicht mehr, als er wirklich ist. Aber von den fünf Forderungen, die er an die Ukraine stellt, halte ich eine für falsch, drei für völlig vernünftig und eine für verhandelbar. Er sagt, er kann nicht akzeptieren, dass die Ukraine in die NATO geht. Das muss man wohl verstehen können, dass er das nicht akzeptieren kann. Er möchte, er hat noch nicht mal gesagt, er fordert, dass die Ukraine wieder zu ihm kommt. Nein, er hat gesagt, er fordert, die bleibt neutral. Also das ist ja wohl, man kann nur sagen, vernünftig. Er möchte, dass die Krim zu Russland gehört, dass das anerkannt wird. Das hat dort nun mal eine Mehrheit entschieden. Und auch wir sprechen uns dafür aus, dass ein Gebiet einen Staat verlassen kann, wenn es sich in diesem Staat nicht mehr wohlfühlt. Die dritte Forderung war, dass die Ukraine keine Atomwaffen wieder sich beschaffen soll. Auch das kann man verstehen. Wenn ich einen Nachbar habe, mit dem ich mich gerade nicht so gut verstehe, was ja oft an beiden Seiten liegt, aber dann kann ich nicht gut zusehen, dass der unglaublich aufrüstet. So, das sind die drei Forderungen, die ich gut verstehen kann. Dann ist eine, die müssen wir zurückweisen, das ist nämlich die, er nennt es Entnazifizierung. Das muss man natürlich ein bisschen übersetzen, denn Nazi ist im Moskauer Sprachdoktus jeder, der die Geschichte ein bisschen anders sieht, als die Sowjetunion das gerne hätte. und das geht ihm schlicht nichts an, wie seinen Nachbarn quasi auf die Geschichte gucken und ob die vielleicht mit Symbolen rumrennen, die hier verboten sind und in Russland verboten sind, aber in der Ukraine eben nicht verboten sind. Also bitte, das ist denen ihre Sache. Also da hat sich keiner einzumischen, das muss man auch klar sagen. Und die fünfte Forderung, das ist die, dass man die Souveränität der Donbass-Republiken akzeptiert. Und auch hier können wir Sachsen nur sagen, wir gestehen jedem zu, einen Staat, in dem man sich nicht mehr vertreten fühlt, in dem man systematisch benachteiligt wird, zu verlassen. Und wenn hier das passiert, was wir jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen sollen nächste Woche, ist ja immer schön, für viele ist das passend. Wenn jetzt alle nur noch Krieg auf der Titelseite der Bild-Zeitung haben und überall anders, da guckt niemand so richtig mehr hin, was man in Berlin gerade macht. Da gehen auch andere Ereignisse dafür. Zum Beispiel 2006 die Fußball-WM in Deutschland. Da wurde die größte Steuererhöhung in der Nachkriegsgeschichte beschlossen. Und da hat keinen interessiert, weil es war ja gerade Fußball. Und jetzt soll der schlimmste Eingriff in die körperliche Unversehrtheit seit Kriegsende beschlossen werden. Und es wird nicht mehr darüber berichtet, denn es ist ja gerade Krieg. Während Russland Krieg gegen die Ukraine führt, führt unsere Regierung Krieg gegen uns. Widerstand, 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 Widerstand. Ja, und wenn jemand sich so schlecht benimmt, dann gibt es natürlich Strafen oder auch Sanktionen. Wir kennen das ja alle, also wer die Spritze nicht nehmen will, der darf dann nicht mehr einkaufen gehen und der darf nicht in die Gaststätte gehen und das haben wir ja alle durch. Und es funktioniert ja international genauso. Das heißt es dann nicht mehr irgendwie Betretungsverbot, da heißt es dann Sanktionen. Denn, also da dürfen uns die Russen kein Gas mehr liefern, das stört uns eigentlich mehr als die. Wir dürfen dafür jetzt auch keine Gucci-Taschen mehr kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Apple-Computer auch nicht, das wird denen nicht mehr geschickt. Damit können sie vielleicht leben. Es gibt auch schärfere Sanktionen. Und ja, das sind so eine Art Strafen. Und das ist aber wie, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die spielen da so ein bisschen und das eine Kind nimmt ständig dem anderen die Spielzeuge weg. Die Erwachsenen, die stören das nicht, die gucken zu. Und nach einer ganzen langen Zeit lässt sich das andere Kind das nicht mehr gefallen und haut das eine um und holt sich sein Spielzeug wieder. Und dann kriegt das ein Donnerwetter und wird verprügelt von den Eltern. Das Kind wird diese Maßnahmen nie verstehen, denn es merkt, es ist ungerecht. Und wenn jahrelang zugeguckt wurde, wie in der Ostukraine Leute sterben durch ukrainische Kriegsmaßnahmen. Und es ist kein interessiert. Und jetzt plötzlich aber es ganz schlimm ist, wenn Russland das gleiche macht. Dann weiß die Bevölkerung in Russland, sie wird ungerecht behandelt. Ich will diesen Krieg mit gar keinem Wort gut reden. Aber Fakt ist, hier wurde ordentlich gezündelt und ordentlich provoziert. Und ordentlich gelogen. Ich meine, könnt ihr euch erinnern, 2003, dass wir dann hier keine Coca-Cola mehr importiert haben, weil Amerika ja den Irak bombardiert hat, ohne jeden völkerrechtlichen Grund. Nee, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das ist vielleicht schon so lange her, deswegen. Da waren die Sanktionen, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Sanktionen gegen die USA damals. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass 2000 die BRD nicht bei der Fußball-EM mitspielen durfte, weil die Serbien bombardiert haben? Also unsere eigene Bundeswehr hat Serbien bombardiert. Könnt ihr euch bestimmt alle auch nicht mehr dran haben. Das ist schon so lange her, dass wir deswegen von Sportereignissen ausgeschlossen worden sind, oder? Nee, können wir uns nicht mehr so erinnern. Na, vielleicht ein bisschen was, was näher liegt. 2020, vor anderthalb Jahren. Könnt ihr euch da auch erinnern, dass das Benzin da auch über zwei Euro gekostet hat, weil man kein Öl mehr aus Aserbaidschan gekauft hat? Weil Aserbaidschan nämlich den einen der grausamsten und blutigsten Kriege der Nachkriegszeit gegen das kleine armenische Bergkarabach geführt hat, 2020, mit über 10.000 Toten in weniger als sechs Wochen. Könnt ihr euch daran erinnern? Oder dass vielleicht die Fußball-EM-Spiele dann ein Jahr später aus Aserbaidschan wegverlegt wurden? Könnt ihr euch daran erinnern? Nee, ich auch nicht. Komisch. Komisch. Wo die Sanktionen damals geblieben sind, das fragt man sich. Die sind also nur manchmal. Also gegen Krieg und Kriegsbeginn muss man nur manchmal mit Sanktionen reagieren. Das ist doch seltsam. Vorüber das letztgenannte Ereignis haben, denke ich, viele von euch nicht mal groß was gelesen. Das kommt übrigens davon, dass die aserbaidschanische Regierung die halbe CDU geschmiert hat und mit ihr die CDU-nahestehenden Medien, deshalb hat man wirklich einen der grausamsten Kriege der letzten Jahrzehnte, der vor anderthalb Jahren an den Grenzen Europas stattfand, überhaupt nicht wahrgenommen. Gut, ich bin ein bisschen Osteuropafrieg, ich habe mich dafür interessiert, aber aus der Presse hat man da wenig drüber gelesen. Ist das nicht komisch? Nun, liebe Landsleute, Krieg ist für die meisten eine schreckliche Sache, also für die meisten, die ihn erleben müssen. Das bleibt an diesem Chemnitzer Friedenstag, den wir heute begehen und der ja eigentlich unsererseits gar nicht so sehr unter diesem Thema stehen sollte, aber es gibt halt viele unzufällige Zufälle auf dieser Welt. Wir werden unser eigentliches Thema natürlich nicht vergessen, da wird der Stefan Hartung dann dazu reden. Aber das bleibt festzuhalten. Gut, ich bin bekennender Putin-Versteher, Versteher, nicht Befürworter, Versteher. Ich verstehe auch die Ukrainer. Ich verstehe auch gerade, dass die Leute in der Ost- und Südukraine, dass denen unwohl ist angesichts des russischen Nachbarn, der auch nicht gerade wenig provoziert hat in letzter Zeit, aber es waren beide Seiten. Ich verstehe weniger den Herrn Selensky, der sich vom Westen hat zu manchen Schweinereien anstiften lassen und jetzt feststellen muss, naja, die NATO ist doch nicht so nah, wie er das gehofft hatte. Aber an diesem Friedenstag müssen wir auch noch ernstere Dinge ansprechen, denn wie sind denn Kriege losgegangen? Und wir haben an diesem Chemnitzer Friedenstag schon oft Demonstrationen gemacht und wir haben uns gegen eine Verfälschung der Geschichte gewandt. Und ich habe schon lange gewusst natürlich, dass die uns wie der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, natürlich Unsinn erzählen. Ich habe damals gedacht, das ist deswegen, weil halt die Sieger die Geschichte schreiben und die wollen halt besser dastehen. Ich glaube jetzt, sie haben uns die ganzen Jahre Unsinn erzählen, damit wir nicht merken, wenn sich das wiederholt. Und genau das tut es jetzt. Die Ukraine stellt die Rolle Polens dar. Man kitzelt den Riesen an der Nase ununterbrochen. Man stellt unverschämte Forderungen und geht auf vernünftige Kompromissverschläge nicht ein. Und dann muss es immer einen Bösen geben, der will die Welt vernichten und erobern, aus welchem Grund auch immer. Heutzutage ist das Putin. Ohne, dass man mal hinterfragt, ja was sind seine legitimen Interessen und wo muss man ihm tatsächlich widersprechen? Nein, man muss ihn generell als das Böse darstellen. Tja, und was macht unsere Regierung? Unsere Regierung tut im Moment alles dafür, dass der Krieg auch hierher kommt. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und wenn die so weitermachen, dann haben wir noch einen ganz wichtigen Grund, aus dieser BRD auszutreten und sofort unsere Neutralität zu erklären. Tja, ich wäre immer von irgendwelchen Journalisten letztens Spiegel-Tee-Frau gefragt, ja was machen Sie denn, wenn das Corona-Thema durch ist? Auf welches Thema stützen Sie sich denn dann? Ich habe gesagt, ich will gar keine neuen Themen. Ich will, dass wir einfach wieder friedlich und selbstbestimmt leben können. Aber es gibt leider viel zu viele, die nicht wollen, dass wir das können. Widerstand! 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 In diesem Sinne haben wir jetzt das neue Thema, auf das wir uns wahrlich nicht gefreut haben. Die Ukraine stellt nämlich nicht nur Kabelbäume für Leipziger Automobilfabriken her, die jetzt nicht mehr produzieren können. Man nannte die Ukraine früher auch nicht ganz zu Unrecht die Kornkammer Europas. Und steigende Benzinpreise werden bald unser allergeringstes Problem sein. Wer Geld übrig hat, soll sich ruhig ein bisschen mit Lebensmitteln eindecken. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil das, mehr weiß ich dazu nicht. Ich weiß nur, dass in der Ukraine bis jetzt sehr viel Lebensmittel produziert wurden und dass Ungarn schon die Zeichen der Zeit erkannt hat und einen Exportstopp für eigene Lebensmittel angeordnet hat. Nicht ohne Grund. Welche Maßnahmen wird unsere Regierung ergreifen in diese Richtung? Diese Regierung gönnt uns kein Leben in Freiheit, in Selbstbestimmung, in Souveränität und deswegen müssen wir raus und damit meine ich nicht, dass wir abhauen, so wie es immer viele verstanden haben und denken, man kann woanders hingehen. Nein, die Welt ist nicht woanders besser. Ich wüsste nicht, wohin man sonst gehen sollte. Wir müssen unser ganzes Land mitnehmen und aus diesem Wahnsinn rausführen. Aus dem Impfwahnsinn, aus dem Kriegswahnsinn und aus dem sämtlichen anderen Wahnsinn, den die mit uns hier spielen und noch vorhaben. Wir stehen hier, weil wir Sachsen sind und weil wir frei sein wollen. Dankeschön. Wir sehen uns, Vielen Dank.